Die steilste präparierte Piste Österreich von mir von euch. Ihr seid jetzt nicht mehr, aber wir von euch müssen den Park wachsen werden. So, das ist jetzt der Georg bei der Abfahrt über die steilste präparierte Piste Europa. Los Georg! Ha, 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 ha So Georg jetzt, sag jetzt mal wie der Abfahrt auf der steilsten präparierten Piste Österreichs war. Stylish! Stylish! Das ist wie der Pumpe sogar Aber ich muss dazu sagen, ich hab dich nicht gescheit rein in der Zunge, weil du so schnell machst, wir müssen es nur einmal machen